Peri, wo seid ihr? Ich will ein Schatz! Macht mal Lärm, macht mal Kraft! Macht euch mehr Merkwalt, wir müssen kein Mann mehr! Anstuhl, los geht's! 2 Minuten! Die Hexenwahl! Weiterhin unentschieden! Schöne Spielaufbau! Sterling, das Mann die Lautes angehört! Ersteen hat die Platte gehalten! Zurück! Das ist die Platte! Klasse! 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 Odin hat die Klasse geheißen! Die Hexing-Koopa! Koopa, die Dahlien-Miderwood! Guter Aufbau. Noch 60 Sekunden zur Pause. Den hat sie richtig gut gehalten. Guter Aufbau. 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 Das war's. Aufsichtsvolle Vorabschiedschen Verabschiedschen Die Waffen Eine Dugendparade von dir Oh, den hat sie Klappe gehalten! Den hält sie super! Klappen war alle von ihr! Klappen, 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 Klappen! Klappen, Klappen! Unenteil bei Klappe, Klappen! Kurähi,사freie, égal aggregate per die Haase! Klappe, Klapp, Klappen! Dass du denn twin hast hell aufge geschrieben haben! Und dann zieht sie das Tor an. Nur noch 60 Sekunden in diesem Spiel. Da zeigt sie eine Scheuneparade! Wasser! Sie kommen! Energischer Zweikampf! Noch 30! Er wird nicht! Geht sie nochmal? Erstmal eine! Das macht sie gut! Super! Was haben Sie? Ja! Ja! Was haben Sie? Ja! 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 Drei! Zwei! Eins! Und das war's! Super! Was war das für ein Spiel? Beide Teams haben uns begeistert! Haben uns alles geworfen! Und ihr... das war's! Das war's auch das Lebensverläufe!